Lieferung war super schnell und gut verpackt, wenn man diese Sauna zu Hause hat, braucht man nicht mehr weg, funktioniert einwandfrei, bin voll auf begeistert, vielen Dank an den Hersteller Amazon und der Spedition, die geliefert hat, eine Empfehlung mit 8 Sternen. Lesen Sie weiter. Schon eine coole Sache, sieht gut aus. Beim Aufbau hätte man es auch gerne vorher gewusst, dass man die Dachabdeckung komplett öffnen müsste, um an alle Kabeln dran zu kommen. Steht nämlich nichts von in der geborenen Anweisung. Ansonsten sieht nach was aus. Hab es nur abgeschaltet aber nicht wirklich ausprobiert. Plus 30 Grad voll verschwitzt beim Aufbauen. Supercool sind sehr zufrieden. Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Beschreibung könnte noch etwas besser sein. Bewegungs-Display außerhalb und innerhalb der Kabine. Einzeln abschaltbare Strahler. Der integrierte Radio-Touch war nichts, aber es ist eine Bluetooth-Verbindung möglich. Der Zusammenbau geht mit zwei Personen zügig. Es war nur ein kleiner Passfehler bei der Bank, der konnte aber mit einer Holzfeile live verbogen werden. Also zugreifen, solange es dieses gute Angebot noch so günstig gibt. Wir verwenden die Kabine gerade jetzt im Winter sehr oft und wollen sie gar nicht mehr messen. Klick link in description for more reviews. Thanks for your watching. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.